St Vor allem weil wir nur 83 ja Leben haben ist das gar nicht so ungefährlich Davon ist das kaputt gegangen gerade der Rauch war gerade noch nicht da okay das heißt die Aufmerksamkeit wahrscheinlich jetzt da vorne sein wenn ich jetzt so schnell wie möglich hier in die Buschgruppe rennen so ohne Rücksicht auf Verluste solange ja ich eigentlich noch alles abgelenkt sein dürfte von dem auch immer da oben vor allem weil die Luft gegangen ist gut sehr schöne Position habe ich hier ich bin geschützt nah an den ersten ja kommen eher vor wie Zelten das hat natürlich keinen Sinn dran und das hat dann später gesehen oder ein Auto okay das ist noch was in die Luft gegangen fuck und wie ihr seht sehr gefährlich hier ich werde wahrscheinlich ein bisschen leise sein um mich hier auch etwas zu konzentrieren gut 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 wo wir jetzt natürlich auch was wenn es einer von äh hinten kommt das ist auf jeden Fall etwas oder jemand sehr gefährlich ist und wenn der Schuss oft so leicht schafft einfach ein paar Fahrzeuge zu äh ja in die Luft zu jagen dann muss ich davon ausgehen dass er Thermalvisier hat und mich so ähm sehr leicht sehen könnte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 umsteig noch nah so ja so gut für uns sichtbar kann man sagen also erst sehr spät jemand entdecken weil es ist ja mit Vater auch davon wurde ich ich denke ich würde nicht entdeckt werden also sehr sicher das erste Gegenspieler gegen Kaisers wieder was anderes die entdecken nicht auch oder die entdecken da noch was wir wirklich sehr negativ in Amater aufgefallen ist die Kaiserso nicht allgemein die Kaisern und sagen wie die AKI in den Griff ist und zwar sind die immer nur extrem auf mich also das reicht schon übertrieben etwa egal ob ich irgendwo 100 oder mit dem Schlachtfeld war oder mittendrin ist so zehn Meter nehmen wir noch einer und zehn Meter nehmen wir noch einer also beides kann ich die wurden komplett ignoriert und alles nur für mich auch wenn ich zwei Meter weg war nur ich das oh was ist das denn oh 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 was ist das denn das ist natürlich unschön aber das ist so ein kleines Fehlerchen ähm das ist halt nicht scheißegal das geht so Wo ist die Tower? Wo ist die Tower? Was war das? Was? Wollte ich mir sagen, ich habe jetzt einfach mal... Weil ich hier war, dass ich ein Achtung scheiße... Das heißt, sie wissen, ich bin da... Das heißt, ich werde gar nicht gleich Besuch bekommen... Scheiße... ...und zum Militestor zu kommen. Aber ich bin mir mit einer Dollar wahrscheinlich noch gar nichts kaufen kann... ...ein Versuchs. Fuck. Oder ich bleibe hier und verkrieche mich. Das liegt auch, dass ich hier drunter bleibe. Um für Helikopter nicht sichtbar zu sein. Und damit ich an der Seite nicht zu stark ausschauen... ...und damit man von der Seite es deutlich sieht... ...wegen Spielern und Fahrzeug. Oh... ...und da drunter... ...und dann packen ich zufrieden... Das war das große, da ist ein Haus. Gut.